Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend miteinander. Susanne, immer mehr Leute stimmen mit. Sie möchten mehr so Dialekke hören. Was soll ich für einen machen? Oh, mach doch retoromanisch. Von heute haben wir noch einen Bericht über St. Moritz. Ähm, gar als spektatur, als egal, spektatur, bein weini, als du die del gobe. Was gibt's heute? Das ist ja auch eine Beere-Saison. Und darum machen wir heute eine wunderbare finnische Beere-Schnitte. Ähm, nun ist es in La Rekolde, da verbunden sie von China in der Natur, da die Finnland. Das wären unsere Zutaten. Also für unsere Beere-Schnitte brauchen wir einen schönen Biskuit-Tag. Den bin ich hier gerade am vorbereiten. Mach doch. La Susanne entscheidet, der Falle passende Biskuit. Das heisst, ich habe Eier jetzt drin, ich habe Butter und Zucker schaumig geschlagen, jetzt ein wenig noch Zitrone drin, und weiter kommt noch Milch drin. Ja. Du verblüffst mich immer wieder. Danke vielmals. So. So. Und jetzt kannst du gerne noch gleich das Mehl und den Backbofen rein. Ja, brav. Frina, Elabon, Vignenne, Viettiere. So. So. Schön. Sehr schön. Und dann den Backbofen. So. Danke schön. Soll ich das machen? Ja, sehr gerne. Dann kannst du es dann gleich anschliessend hier ausstreichen, auf dem Blech. Und dann schlage ich das Eiweiss ein. Mhm. Das Eiweiss ein schön steif. Jetzt kann ich noch Zucker drin geben. Der Grächer entsteht eine wunderbare Meringue. So. Und das ist jetzt das Töpfchen von mir. Jetzt kommt das natürlich auf den wunderschönen Biskuitteig. Ja. Der Beste ist am Ringer, das Eiweiss ein bisschen Biskuitte. Super. Wahnsinn, ja? Anschliessend wird es dann noch die Bache bei 180 Grad, auch in 25 Minuten. Mhm. Ähm. Und jetzt zu unserer Supercar-Jubiläumsaktion St. Moritz zum halben Preis. Schon die Reise mit der SBB und mit der Rätischen Bahn kosten die Hälfte. Halbtagsinhaber zahlen sogar nur ein Viertel vom normalen Billet. Statt das Gepäck selber schleppen, kann man es für einen halben Preis aufgeben. Auch das Übernachten ist günstiger. Ob drei, vier oder fünf Sternhotel. Mit dem Jubiläumsgutschein von Supercard gibt es für eine Nacht sagenhafte 50% Rabatt. Kinder bis sechs Jahre übernachten übrigens im Zimmer mit den Eltern gratis. Sechs- bis sechzehnjährige für einen bescheidenen Zuschlag von 20 Fr. Nicht verpassen, wenn man im Engadin ist, darf man eine Fahrt mit der Bergbahn auf die Corvillia und auf eine Beiz näher. Mit dem Jubiläumsgutschein von Supercard ist auch das nur halb so teuer. Wie kommt man zu all diesen Vorteilen? In der Coop-Zeitung der nächsten Woche finden Sie ein Spezialprospekt mit drei Gutscheinen zum profitieren. Für die Bahn, für das Hotel und für die Bergbahn auf eine Beiz näher. Und wir sind wieder zurück in der Küche. Weiter geht's mit unseren finnischen Bärenschnitten. In den Biscuits habe ich schön gebacken, in Stücke geschnitten, auskühlen lassen. Und jetzt kann ich hier gerade ein Stückchen auf den Boden drauf tun. Jetzt kommt eine ganze feine Füllung drauf auf der Basis von Quark, Valilzucker und Zucker. Jetzt kann ich hier gerade verrühren und jetzt kommt noch ein Rahmen dazu. Und warum? Woher kannst du so gut rät Romanisch? Sie haben ja schon unsere Vietlandersprache. So können wir sie eher können. Super, nicht schlecht. Echt Sprachtalent. So. Hm. Dann mache ich hier ein bisschen drauf. So. Und jetzt kommen feine Beeren drauf. Mhm. Richtig schön im Finish. Herrlich. Ja. Perfekt. Wunderbar. Du, was heisst denn, die Erfbeere ist ein Rosengewächs? Ich verbunde auch die Kategorie de las Rosas. Ich gebe es auf. Du kannst es einfach. Ich glaube das jetzt wirklich. Dann machen wir noch ein bisschen Garnitur drauf. Von diesen Beeren. So. Wunderbar. Ja. Und jetzt kommt noch ein bisschen Puderzucker drauf. So. Das Rezept ist nachgesagt in der Goop-Zeitung oder im Internet. So, das war's für heute. So. Komm auf Fussi stehen. Und auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen. Auf Romanisch. Auf Wiedersehen. Das kann ich nicht. Auf Afghanistan. Na. Switch namern bei zweiterig, Bozi. Muze T rapperas.